So, neues Bier am Start. Na, der kam von Herzen. Mach mal weiter. Jetzt hab ich meinen Aschenbecher vergessen. Na, nehmen wir die Bierdose. So, das hätten sie echt besser machen können mit der Landschaft, wie sich das nach und nach aufbaut. Das ist ja In-Game-Grafik, aber... Hätte man das nicht so als Film machen können? Let's keep moving! Ja, wieder die beste Animation. Das stört in dem Spiel irgendwie. Die Furen sind ausgeleckt. Mach ich jede Wette. Ja. Mit Absicht. Das sieht wiederum gut aus mit der Grafik. Oh, die sind jetzt aber ziemlich nah am Stamm. Das ist ein Gefeindnis. 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 Das wird sehr lange dauern. Wir gehen in den Weg. Okay. Wir gehen mit den Horsen. Okay. Wir gehen mit uns unter anderem. Okay. Wir gehen mit uns. Wir gehen mit uns. Okay. Wir gehen mit uns. Okay. Wir gehen nach hinten. Good. Ich würde gerne wissen, wo das spielt. Die Zeit wissen wir ja, 2027, aber ist das Richtung Alaska oder? So viele Fragen haben keine Antwort. Oh, das ist gerade schon eine Auslageböhle, das hätte sie besser gesagt. Let me have a look at this. It's not good. Tja, eindeutig eine Falle. Wir fragen Rainy. Rainy, was zur Hölle machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wie weit wir gehen können, mit dem Legen. Al, ich werde es schlafen. Ready? Auf drei. All right. Ein. Ah! Gut, gut. Okay, wir sehen, ob wir können Sie zu stehen. Gib mir eine Hand. Mark, du gut? Ja. Ja, die laufen doch jetzt da. Ja, vielleicht sind sie weg. Ja, vielleicht sind sie weg. Wir versuchen, eine Runde für die Hörer zu machen. Mom. Ich hab hier mit dem mit dem. Da ist noch eine andere Weg raus. Das ist bereits schlecht genug. Das ist genau, wo sie gehen wollen. Ich hab hier mit dem. Risiko... Mark, du we wszystkich. Schleim von Rauchen im Hals. Egal. Schleim von Rauchen im Hals. Dr. Man an die Butter eine. Das schmeckt zum Bier. Los, Humpel, schneller. Ja, der wird jetzt alles oben liegen. Oh oh.